Welches sind die häufigsten Ursachen für Makuladegeneration? Makuladegeneration ist eine Augenkrankheit, die das zentrale Sehvermögen einer Person beeinträchtigt und dazu führt, dass Objekte verschwommen oder unscharf erscheinen. Obwohl die Wissenschaftler immer noch nicht ganz sicher sind, was die Makuladegeneration genau ist, gibt es mehrere bekannte Risikofaktoren. Dazu gehören Alter, Genetik, Rauchen, Rasse und andere Krankheiten und Erkrankungen. Das Alter scheint der wichtigste Risikofaktor für die Makuladegeneration zu sein. Im Allgemeinen sind die meisten Patienten mit Makuladegeneration im mittleren Alter, und ihre alternden Augen und ihr Sehvermögen beginnen zu schwinden. Es wird geschätzt, dass Personen, die 75 Jahre oder älter sind, ein Risiko von 30% haben, mit einer Makuladegeneration in einem oder beiden Augen umzugehen. Dies wird oft als altersbedingte Makuladegeneration oder ARMD bezeichnet. Die Genetik scheint auch ein Hauptrisikofaktor für die Makuladegeneration zu sein. Neuere Forschungen und Studien haben gezeigt, dass diese Augenkrankheit sehr wahrscheinlich erblich ist und im Allgemeinen in Familien auftritt. Studien haben gezeigt, dass entweder das Fehlen oder die Variation eines bestimmten Gens dazu führen kann, dass eine Person eine Makuladegeneration entwickelt. Die weitere Erforschung dieser Theorie könnte es Ärzten möglicherweise ermöglichen, auf dieses Gen zu testen und möglicherweise den Eintritt der Makuladegeneration zu verhindern. Während die meisten Menschen wissen, dass das Rauchen von Zigaretten eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen verursachen kann, sind sich viel wahrscheinlich nicht bewusst, dass dies eine der Ursachen für die Makuladegeneration sein kann. Fast ein Viertel der Patienten, die eine frühe Makuladegeneration entwickeln, rauchten Zigaretten. Andere Medikamente und die Nebenwirkungen einiger Medikamente können eine Person auch dazu bringen, eine Makuladegeneration zu entwickeln. Diese Medikamente umfassen Chloroquibin, Chlorpromatin und Phenoziacin. Obwohl eine Person jeder Rasse Makuladegeneration entwickeln kann, scheint es, dass Kaukasier gefährdeter sind als jede andere Rasse. Menschen mit heller Haut neigen auch dazu, helle Augen wie blau zu haben. Wissenschaftler glauben, dass Menschen mit hellen Augen ein erhöhtes Risiko für Makuladegeneration haben. Einige Wissenschaftler glauben, dass Pigmente in dunkleren Augen die Augen besser vor der Sonne schützen können, aber die Theorie, dass dies mit den Ursachen der Makuladegeneration zusammenhängt, ist immer noch umstritten. Auch wenn andere Krankheiten und Erkrankungen keine Ursachen für Makuladegeneration sind, können sie zum Ausbruch oder Fortschreiten der Krankheit beitragen. Hoher Blutdruck, niedriger Cholesterinspiegel und Übergewicht sind einige dieser Erkrankungen. Einige Forscher sind sogar zu dem Schluss gekommen, dass die Behandlung dieser Probleme das Fortschreiten der Makuladegeneration verlangsamen oder ganz aufhalten kann. Es gibt jedoch keine tatsächliche Heilung für die Krankheit, und schließlich führt die Makuladegeneration zur Erblindung.